Jetzt habe ich was für euch, was so wahrscheinlich die wenigsten kennen. Klar, ihr seht schon Lugana, das kennt jeder, Tribiano di Lugana, eine der berühmtesten Rebsorten aus der Lombardei. Aber wir haben hier einen Winzersekt von Tenutero Veglia, der wirklich sehr interessant und speziell ist. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ihr seht schon in der Farbe, der hat dieses, ich sag mal so ein bisschen so ein trübes Goldgelb. Und auch im Geruch hast du schon diese Steinobstfrüchte ganz stark mit drin, so ein bisschen Aprikose, Pfirsich. Wenn man den probiert, tolle Mousse, ganz weich. Das ist absolut was für Weinliebhaber und für jeden, der mal was Neues probieren möchte.